Wir kommen zu unseren News am Samstag, dem 4.06.2022 zu einer weiteren News-Folge und wie gewohnt sind das die News der letzten Tage. In der Vergangenheit wartete die Gamescom mit zahlreichen namhaften Ausstellern mit ihren Spielstationen, Trailer, Kinos und Showbühnen auf. Genau an dieses gewohnte Gamescom-Flair möchte die Köln-Messe ab dem 24. August wieder anknüpfen. Doch leider wird dieses Comeback wohl doch nicht so werden wie erhofft. Wie diese Woche bekannt gegeben wurde, wird die Liste nach der Absage von 2K und Rockstar Games um den großen Konsolenhersteller Nintendo und dem Showgiganten Wargaming erweitert. Somit bleiben schon 4 große Games-Unternehmen mit ihren großen und üppigen Städten und Shows der Gamescom fern. Und das jetzt, wo die Köln-Messe nach der Pandemie einen großen Relaunch feiern will. Nichtsdestotrotz wollen Köln-Messe und Games-Verband das komplette Gelände in Köln-Deutsch bespielen. Darunter zu finden werden sein THQ Nordic, Bandai Namco, Calypso Media, Assembly und Tencent Games, die ihre Teilnahme schon offiziell bestätigt haben. Der Gamescom-Ticketverkauf soll in den kommenden Tagen voraussichtlich am 08.06. mit einer großen Ankündigung starten. Auch die FarmCon, das alljährliche Community-Event des Landwirtschaftssimulator-Entwicklers Giant Software, feiert ein Comeback als Vor-Ort-Event. Am 21. Juli wird das Event jedoch erstmal online mit einem Livestream auf Twitch eröffnet werden. Um dann am 23. und 24. Juli alle Fans auf dem Gelände des John-Deary-Forum in Mannheim zu begrüßen. Während der Convention soll es verschiedene Präsentationen und Vorträge geben, inklusive Gameplay-Premieren neuer Inhalte. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag fand Sony State of Play statt und hatte einige Infos zu kommenden Spielen präsentiert. Das Online-Event, das den Auftakt zum diesjährigen Summer Game Fest bildete, setzte einen erhöhten Fokus auf Third-Party-Titel und Spiele für die kommende PSVR 2. Gleich zu Beginn zeigte man einen Trailer zum Resident Evil 4 Remake, das am 24. März 2023 für PC, PS5 und Xbox Series erscheinen soll. Auch befindet sich zum Remake zusätzlicher Content für die PSVR 2 in Entwicklung. Zudem kündigte Capcom einen vollständigen PSVR 2-Port von Resident Evil Village an. Aber nicht nur allein mit Resident Evil war Capcom auf der State of Play vertreten, sondern man präsentierte auch erstmaliges Gameplay-Material zu Street Fighter 6, das im Laufe des Jahres 2023 für PC, PS4, PS5 und Xbox Series erscheinen soll. Zwar haben wir von der PSVR 2 nichts Neues erfahren, zum Beispiel ein Release-Datum, aber wir haben einige Spiele sehen können, die für diese Hardware erscheinen werden. Darunter The Walking Dead Saints and Sinners Retribution, No Man's Sky und Horizon VR Call of the Mountain. Auch verkündete Sony mit Spider-Man Remastered einen PC-Launch für den 12. August. Und als krönender Abschluss der Show präsentierte uns Producer Naoki Yoshida einen lang erwarteten Trailer eines Spiels, woran er und sein Team aktuell arbeiten. Und zwar von Square Enix 9 Fantasy RPG Final Fantasy 16, das im Sommer 2023 für die PS5 erscheinen soll. Insgesamt drei Monate nach dem Pokémon Day im Februar mussten wir nun warten, dass wir was Neues zur 9. Pokémon-Generation erfahren. Mit einem brandneuen Trailer entführt uns Nintendo erneut in die Welt von Pokémon Karmazin und Pokémon Purpur und enthüllt neue Pokémon-Charaktere und Features. Zudem spendiert man uns noch ein Veröffentlichungsdatum. Die beiden Editionen sollen am 18. November 2022 für Nintendo Switch erscheinen. Nach der erfolgreichen Veröffentlichung von Lost Ark, das seit Februar mehr als 10 Millionen Spiele erreichen konnte, baut Amazon Games die eigene Publishing-Sparte weiter aus. Hierfür wurde ein Agreement mit dem Entwicklerstudio Disruptive Games abgeschlossen, das die Veröffentlichung einer brandneuen IP umfasst. Bei dem Online-Multiplayer-Action-Adventure handelt es sich um einen Multiplattform-Titel, der sowohl kooperatives als auch kompetitives Gameplay bieten soll. Der Entwickler Disruptive Games ist vor allem für Titel wie Diablo 2 Resurrected, Tony Hawk's Pro Skater 1 Plus 2 und Godfall bekannt. Auch das dritte Sims-Geheimnis wurde nun gelüftet. Und wie schon richtig vermutet, geht es im The Sims 4 Gameplay Pack um Werwölfe. Im The Sims 4 Werwölfe Gameplay Pack haben wir die Möglichkeit, unsere Sims in Werwölfe zu verwandeln und die mysteriöse Welt von Moonwood Mill zu erforschen. Das Gameplay Pack soll am 16. Juni für PC und Konsole erscheinen. So, das waren die News der vergangenen Tage. An dieser Stelle verabschiede ich mich wieder von euch. Danke fürs Zusehen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über eine positive Bewertung von euch freuen, wie auch über eure Kommentare auf YouTube. Und damit ihr keines unserer News-Folgen verpasst, einfach ein Abo bzw. Follow da lassen und auf YouTube nicht das Glöckchen vergessen zu aktivieren. Die nächste News-Folge gibt es am kommenden Mittwoch. Bis dahin bleibt gesund und guten Loot euch. Ciao. Bis dahin bleibt gesund.